Jetzt gibt es einen Centia. Wir brauchen jetzt hier 60 Grad. Diese Teeblätter wollen jetzt wirklich gestreichelt werden. Der Carrera-Wasserkocher, der kann jetzt genau diese 60 Grad, die wir brauchen, eine Minute. Hat einen honigartigen, milden, tollen Grüntee-Geschmack. Ganz wunderbar. Und jetzt kann ich schon den zweiten Aufguss vorbereiten. Der Carrera-Wasserkocher hält die 60 Grad. Ich habe das eben so eingestellt. Keep warm und ich stelle den Timer wieder auf eine Minute. Und der zweite Aufguss, der ist nochmal ganz anders als der erste Aufguss. Sofort die Trinktemperatur. Perfekt.